Hallo Leute, da bin ich wieder zurück. Und wir wollen... Ah, die Spritze geht ja nicht. Wir wollen hier hinten den Kollegen hacken. Ah! Äh, ja genau. Ich habe immer noch... Haben sie nicht gesagt, dass wenn man... Dieser Engel ist einsam. Oh, eine Little Sister. Okay. Ziel abgeschlossen, besorgen dir eine Eintrittskarte. Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten, Adam. Das ist der Gengleber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Okay, gehe zum Park zurück. Jetzt haben wir sehr wahrscheinlich das Ziel, entweder die Little Sisters zu töten und alles aus ihnen rauszuholen oder sie leben zu lassen und zu adoptieren, zu befreien, wie auch immer. Aber ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt. Das habe ich getan. Hör auf, dich zu bauen, du fliegendes Mistding. Okay. Offensichtlich kann man das so aufmachen, ohne dass Sicherheitsbots kommen. Die Dinger dahinten kann ich nicht mitnehmen. Und du? Auch nicht. Auch kein Geld, keine Money, irgendwas. Na gut, das ist eine riesengroße Taschenlampe, so eine Mech. Nun gut. Und kein Scheiß diesmal. Betty ist zu Hause. Aufzielen! Feuer! Nicht mehr, Angst, es mit einer stärkeren aufzunehmen? Lächerlich. Lächerlich. Aua! Aua! Meine Pelze bekommst du nicht. Niemals. Welche Pelze? Wie geht's dir etwa nicht? Hey! Okay, den treffe ich dort hinten nicht. Komm her! Komm zurück! Komm du her! Nein, wo ist mein Bohrer? Aua! Okay. Dann wieder auf den zurück. Halt, ich habe ja... Ach krass, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich noch eine zusätzliche Waffe aufgenommen habe. Loll! Da merkt man den Profispieler halt noch. Ich will hier rüber! So, dann würde ich dich ausnehmen. Du hattest ja gar nichts dabei. Wir sind Nieten. Okay. Okay. Dich habe ich schon geplündert? Na gut. Eigentlich noch jemand? Jetzt kann ich den Verbandskasten mitnehmen. Hä? Achso, das ist eine EVE-Spritze. Ich habe immer noch nicht das Feuerdingens. Alkohol wollen wir auch immer noch nicht. Also gut. Weiter geht's. Karte einsteigen. Johnny to the surface. So geisterbahnmäßig. Mega süß. Erstes gehen Tonikom erhalten. Tonika sind passive Fähigkeiten, die eine Reihe nützlicher Wirkungen haben. Im Gegensatz zu Plasminen müssen Tonika nicht aktiviert werden. Sie entfalten ihre Wirkung, sobald du sie ausgerüstet hast. Okay. In der heutigen gefahrvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denk daran, dass du es nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen musst. Vielleicht reicht es auch schon schneller, als dein Nachbar zu sein. Ich mache es einfach hier vorne hin. Wir vergnügen in unserem Park. Danke, danke. Erst rechts. Oder warte mal, ist hier oben noch was? Nee. Stuff only. Kommen wir auch gar nicht weiter. Gift Shop. Oh. Bin ich den richtigen Weg eingeschlagen. Oder auch nicht. Okay. Dann gehen wir zur anderen Seite. Die Olympien, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne, versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Ach, sehr krass. Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff, der Olympien, im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinen, stopp! Hier beginnen wir zu bauen. Das ist ja süß, so ein kleiner Recap quasi. Okay. Da wollen wir noch nicht runter. Wir wollen noch gucken. Diese verdammten Meeresbewohner. Sie denken, ihnen gehört alles, nur weil sie vorher da waren. Ich liebe die Kinder in Miss Englerts Klasse, aber... Mann, oh Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassensylvester-Pyjama-Party im Rhyans Amusements Park übernommen habe. Donnie? Donnie! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter. Und spuck diesen Kaugummi aus. Du wirst noch ersticken. Die Eltern haben sich ja einen freien Abend am Silvester wirklich verdient. Aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Donnie! Ich hab gesagt... Ich hab gesagt, du sollst aufhören, deine Schwester zu wirken. Oh mein Haus! Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Auf Raptors Fundament schuften Arbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Nichts, nur der Wind, das himmlische Kind. Nichts dabei! Na gut, auf Easy Mode wäre es auch ein bisschen 4, wenn... 4... 4... 4... 4... 4... 4, würde ich sagen, genau. Wenn ich dann auch noch ständig vollgepumpt werden würde mit dem ganzen Shit. Aha. Okay. Das darf auch nicht, geht bestimmt wieder nicht auf, ne? Na gut, hätte er klappen können. Ah, das wollen wir noch haben. Okay, sieht unten auch noch interessant aus. Oder wartet mal, wo geht's denn hier hin? Nee. So viele Türen, so viele Sachen zu sehen. Ah. Und kann ich auch noch ein bisschen... Geht's ja auch noch weiter. Mann, Mann, Mann. Okay, okay, okay. Jetzt gern mal wieder so ein Eve-Spritzen-Dispenser. Aber war das eventuell nur am Anfang da, damit das ein bisschen easier ist zum... also noch easier zum Spielen. Hat hier nicht grad was geglänzt? So, der ist, wo der Kasten gewesen ist. Okay. Dann ist hier ein Bot-Shutdown, aber... Ich hab bis jetzt noch gar keine Kamera gesehen. Gib mir dieses Geld. Bin ich bescheuert? Der nimmt's nicht. Na? Nimm. Bin ich voll? Kann man... Kann man zu viel Geld haben? 600. Ist 600 das Maximum? Kann man ja direkt was ausgeben, quasi, ja? Oh, halt. Warte mal, bevor wir was ausgeben. Wir sind ja schließlich nicht umsonst so reich geworden. Ich hab aus Versehen nicht getroffen. So, was haben wir hier? Irgendwas haben wir geschenkt gekriegt. So, was ist mit dir, Munition. Fallen Niete, 50er Kugeln. Eckpfeil. Ja. Machen wir mal diesen. Und... 50er Kugeln. Sind die Belege als drüben? Ich hab nicht aufgepasst. Und einfach, weil ich mich glücklicher fühle, wenn ich da mehr hab. So, jetzt gib mir das Geld hier. Danke, danke. So, mit dieser Leiche ist nix mehr los. Das muss ich jetzt hier. In der Ewigkeit wird es sein, Sophia ein bisschen auszumachen. Wo sind sie? Keine Ahnung. Hallo? No! No! No, gut. Dann gucken wir mal, wo ist es hier? Hier und geht es gar nicht weiter? Oder? Ja, gut. Dann doch oben. Wo seid ihr denn? Da hinten? Komm mal hier. Ich stehe mit dir immer noch! Wird gar nix dabei. Mano! Aber so werden wir auf jeden Fall nicht aus dem Hinterhalt irgendwie angegriffen. Bis du kommst, Vater, sitze ich hier fest. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. Ich mag Geschenke. Wir holen uns das auch gleich... Wir holen uns das auch gleich ab. Ich möchte bloß gucken... Sind meine Nieten auch schon wieder voll? Ob hier noch irgendwas ist? Oh, wieder ein Glas voller... In der ethischen Psychiatrie... Hier spricht Eleanor Lamp. Mom sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Sie sehen genauso aus wie wir. Wer hätte das gedacht? Siehst du den Kampf aus nächster Nähe vor mit Bohrkraft, bewirken deine Bohreangriffe mehr. Das ist cool. Machen wir mal in unseren leeren Slot hinein. Ist aber beides nur Lounge, ne? Beziehungsweise hier hinten ist noch eventuell Müllämmer mit bisschen Kolee. Ich meine Boden geschossen oder was? Aber hier ist nix, ne? Oder geht's hier nur irgendwie? Ne. Gut, dann... Haben wir hier noch... 50er Kugeln sind wir voll. Vor dir ist deine Little Sister. Um das Adam von ihr zu halten, musst du erst ihren Big Daddy loswerden. Er wird dich nicht angreifen, solange du ihn nicht attackierst. Aber mach dich auf jeden Fall auf einen schweren Kampf gefasst. Alles klar. Wir werden erst mal den hier hacken. Oh shit. Wir werden so mal gucken, was wir eventuell noch irgendwie auf unsere Seite bringen können oder was ich hier noch sammeln kann. Bevor ich da loslege. Also dieser Big Daddy beißt erst, wenn du ihn angreifst. Aber um an die Little Sister ranzukommen, musst du den Knaben platt machen. Kümmer ich mich gleich drum. Ich möchte hier erst gern noch... So, Daddy, wir sind ja Kollegen quasi, ne? Oh shit. Das ist mit der weiße Bereich gemeint. Heckfall, Bohrertreibstoffe sind eigentlich noch ziemlich gut am Stissel. Und Gesundheit brauche ich erst mal auch noch nicht. Da ist nur Alkohol, da ist eine Vita Chamber. Oh, hier haben wir noch Eve. Aber mit Eve bin ich auch voll. Hallo. Ruhig dich mal, Bruder. Was er auf mich auch so krass reagiert hat, hat ich gar nicht gedacht. Ich hab gedacht, er ignoriert mich einfach. Aber nun gut. Ich habe endlich eines der Kinder gefunden. Die Kleidung schmutzig, ganz alleine. Ich ging zu dem Mädchen hin, betete, es möge meine Kleine sein. Aber sie schlürfte sich voll mit dem Blut einer Leiche. Sie war es nicht. Ich starrte sie an, schwankend. Und dann kam plötzlich dieses Ding, dieses bewaffnete Monster aus dem Nichts und sprang mich an, kreischend wie ein Höllenvieh. Ich konnte entkommen, aber kann es sein, dass Cindy eine von diesen Blutsaugerinnen geworden ist? Ich muss sie finden. Dringender denn je. Aufwärtsch, look! Ich schätze mich voll. Kannst durchatmen, alter Knabe. Du hast es geschafft. Und jetzt nimm sie auf deine Schultern und sie wird dir vertrauen wie ihrem eigenen Daddy. Bei Daddy bin ich immer in Sicherheit. Gesammelt, alter. Wir sind im Geschäft. Überall in Rapture liegen Leichen rum. Und dieses kleine Monster wittert das Adam in ihnen. Nein, such dir eine. Okay. Du hast deine neue Little Sister adoptiert. Drücke und halte er, um sie zu bitten, dich zu einer mit Adam gefüllten Leiche zu bringen. Hopp, hopp, Mr. Bubbles. Unsere Engel wachen auf. Adam von zwei Leichen. Die ist auf meinen Schultern, ne? Habe ich das richtig verstanden? Deswegen, wartet mal. Ich würde gerne erst mal die Eve-Spritze hier bloß mitnehmen. Gut. Dann bringe ich die einfach... Ich bin schon wieder voll von Geld. Kannst du... Hä? Hatte ich gesagt, drücke die R. Der Typ? Sie hat eine saftige gefunden. Aber sobald sie anfängt, das Adam abzuzapfen, kommen die Splisher an. Mach dich drauf gefasst, bevor du sie dran setzt. Das ist ein Kind der Familie. Kein Spielzeug, das du benutzen und dann wegwerfen kannst. Sehr passend, dass du hier dein Ende findest. Eine weitere Kuriosität in Ryans Schrein für das Ego. Da kommen sie schon. Halt ihr die Splicer vom Leib, bis sie fertig ist. Sonst geben die niemals auf. Ja, was anderes stand jetzt hier auch gerade im Text nicht da. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Ich kann sie dir nicht platzen. Hey! Hör mir, hör mich! Lass einmal nicht gehen los! Ich werde mich nicht los! Ich bin gut im Handlet! Ja, was ich denn jetzt so gemacht? Komm zurück! Komm! Bullshit! Wann? Oh. 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 Wasa das alles passiert? Oh. So rechtlich das wheelchair? Oh, mach da. Oh. 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 Nein, niemand hat mein Liefer gesehen. Lass mich absauern. Schau dich, Daddy. Okay. Du bist netter als andere Daddies. Jetzt kennst du den Einsatz, mein Junge. Aber ein Plasmid kostet noch ein bisschen mehr, Adam. Mach weiter. Ähm, ich würde mir gerne mal den ganzen Shit erstmal wieder einkaufen gleich. Das ist eine Figur. Gott, das sah ja gruselig aus. Wir haben jede Menge Geld. Von dem hab ich dir erzählt. Der soll gefälligst spuren. Die sind wieder über mir, oder? Ich würde nämlich gern so ein bisschen einkaufen. Weil wir offensichtlich zu wenig Munitiones noch haben oder ich zu viel verballert hab. Kann man sehen, wie man will. Hier, so 50er-Kugeln. Hä? Nieten. Borat-Treibstoff. Das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. Warum? Was war denn jetzt das Problem, warum er nicht mehr geschossen hat teilweise? Lädt der nicht automatisch nach? Keine Ahnung. Machen wir weiter. So. So. Dann. Dann. Die 50er-Kugeln. Oh, wollte ich nicht. Sorry. Kann ich hier nicht nehmen. Ich würde die gern... Ich würde die gern töten. Da hinten. Die spawnen halt immer wieder, ne? Er tanzt ihn. Er tanzt. Wieder tanzt mein Schatz. Schön, ne? Okay, Mäuschen. Dann. Sag dem Daddy mal. Siehst du? Äh, denn ganz in der Nähe. Mhm. Okay. So schlimm ist es doch gar nicht hier. Oh, was rede ich hier. Hallo Kinder. Mein Name ist Andrew Ryan. Ich habe die Stadt Rapture für Kinder wie euch gebaut. Weil die Oberwelt nichts mehr für uns war. Aber jetzt hier auf dem Grund des Meeres ist es ganz natürlich, sich zu fragen, ob die Gefahr dort oben vielleicht vorbei ist. Ob die, die oben übrig sind, je zur Vernunft kommen werden. Stellen wir uns also vor, ihr und ich, was uns widerfahren könnte an der Oberfläche. Ich werde noch ein paar Eve-Spritzen holen, ist mir gerade aufgefallen. Ja, was soll's. Scheiß drauf, wir füllen auf. Wir haben ja anscheinend die Kohle dafür. Wo sind die denn? Lies wenigstens unsere Flugblätter. Ich bedarf dein... Die ist wenigstens unsere Flugblätter. Was zur Hölle? Wer hat diese Texte manchmal geschrieben? Okay. Hier ist wieder Stuff-Oni. Da kommen wir bestimmt nicht rein. Ich lasse sie gleich wieder suchen, zu welcher Leiche sie möchte. Ich denke, dass... Oh, da ist auch noch Zeug drin. Lecker, lecker, lecker. Meine Laterne brennt. Ich finde die... Ich glaube, die Kinder sind endlich eingeschlafen. Im Park ist es jetzt überall still. Ich kann selbst nicht schlafen. Wir sind also ganz unter uns, Mr. Diktaphone. Sie, ich und das Jahr 1959. Was wohl das nächste Jahr alles... Was war das? Irgendetwas ist passiert. Das Licht ist ausgegangen. Kinder, bleibt in euren Schlafsäcken. Es ist alles in Ordnung. Hier habe ich nicht richtig aufgepasst. Sorry. Sorry. Ich habe gedacht, ich kann trotzdem noch vorbeigehen. Aber offensichtlich nicht. Okay. Ich bin es nur zum Angucken. An der Oberfläche beackert der Bauer den Boden. Setzt die Kraft seiner Arme ein für sein eigenes Heim und sein eigenes Land. Aber die Parasiten sagen nein. Was einst dir gehört hat, gehört jetzt uns. Wir sind der Staat. Wir sind Gott. Wir fordern unseren Anteil. Okay. Habt ihr hier noch mehr versteckt irgendwie? Nee, wa? Ansonsten geht es überhaupt weiter? Was ist denn los? Ich will sie halten. Was? Kaboom! Oh, Entschuldigung. Ich verzieh mich. Oh, mein Nickerchen, was? Nickerchen wäre eigentlich ganz geil mal zwischendurch. Wo können wir das Treppen öffnen? Wo gehe ich hier lang? Eigentlich muss ich doch die Little Sister zapfen lassen und ich muss auch direkt... Oh, wow, was denn hier? Ein paar Clippingfehler. Wo bin ich denn hier überall? Ich bin komplett falsch, oder? ...opfert werden für... Ah! Lamb wird mehr und mehr zum Problem. Diese Frau ist eine Kollektivistin. Hier in Rapture. Wie konnte der Rat das übersehen? Schlimmer noch. Sie treibt ihre Patienten in einen religiösen Wahn. Bevor der Rat überhaupt nagt, was gespielt wird, entsteht hier ein neuer Kreml. Es muss etwas geschehen. Ich lasse nicht zu, dass meine Stadt von Parasiten verraten wird, in welcher Gestalt auch immer. Ich denke, es ist an der Zeit, Sinclair anzurufen. So, Leute, hier gibt es so viele aufzuheben und Bots zu sichern und sowas alles. Ich möchte an der Stelle gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Ich muss nämlich dringend pipi. Und dann gucken wir mal, wo ich jetzt hier gerade wild langgelaufen bin, holen uns den Bot, hören uns die Sprachnachricht dort vorne an und machen einfach weiter. Bis dann. Tschüss!